Die Herren Mitglieder des Ringerverbandes Nordrhein-Westfalen, Hans Breuer, Horst Faller, Peter und Walter Netterkuchen, Peter Nöltener und Peter Kettler. Das war Nummer 1. Herzlich willkommen. Und jetzt geht es los in der ersten Runde der Begegnung in der Gewichtsklasse bis 98 kg. Ja, gefährliche Lage. Erste Zweierwertung für Liga Dündar. Vielen Dank. Nächste Befugung, die Obenlein gehören zum Flexumon und eine Demota absolviert. Das war Nummer 1. Herzlich willkommen. Ja, ein schöner Torfünftzug. Die gibt es in die gefährliche Lage. Vier Punkte. Es ist noch über eine Minute Zeit. Und in diesem Moment der Schultersieg für den Jürgenmann in Brot vom KSV-073. Die Jürgenmann in Brot vom KSV-093. Die Jürgenmann in Brot vom KSV-103. Untertitelung. BR 2018